Jesus ist vom Berg oben runter gestiegen. Da ist ihm ein Aussätziger entgegen kam und hat ihn gebetet, mach mich rein. Jesus hat ihn angelangt und gesagt, du sollst rein sein. Sofort ist er gesund geworden. Obwohl Aussatz ansteckend ist und alle Menschen Angst und Abstand genommen haben, hat Jesus ihn angelangt. Es hat ihn nicht angesteckt und zudem hat Jesus ihn reinigen können. Das ist schön. Ja, das ist schön. Ein heidnischer Hauptmann hat von Jesus gehört. Er hat ihn gebetet, zu ihm zu kommen und seinen Knecht zu heilen. Die Ältesten haben Jesus ermutigt, ihm zu helfen, weil der Hauptmann eine Synagoge für das Volk gebaut hat und das Volk Israel geliebt hat. Jesus hat sich auf den Weg zu ihm gemacht. Da sind ihm Freunde vom Hauptmann entgegen kamen und haben gesagt, der Hauptmann lässt dich ausrichten. Ich bin nicht würdig, dich zu empfangen. Sag nur ein Wort und dann wird mein Knecht wieder gesund. Wenn ich zu meinen Soldaten etwas sage, dann folgen sie auch. Jesus hat gestaunet und gesagt, so einen Glauben habe ich bis jetzt im ganzen Volk Israel nirgesehen. Geht wieder heim. Was der Hauptmann geglaubt hat, ist passiert. Gleichzeitig ist der Knecht gesund geworden. Jesus hat den Kranken nicht einmal anlangen, um ihn zu heilen. Nur schon, weil der heidnische Hauptmann geglaubt hat, ist sein Knecht geheilt worden. Stimmt. Der Glaube reicht schon, um geheilt zu werden. Jesus hat dem Besuch in der Stadt Nein gemacht. Da ist ihm gerade eine Witwe entgegen kamen. Sie hat ihren einzigen Sohn beerdigen müssen. Jesus hatte Mitleid mit ihr und zu ihrem toten Sohn gesagt, stand auf. Da hat er sich aufgesetzt. Und angefangen zu reden. Rundherum haben sie davon erzählt. Darum sind ganz viele Menschen zu Jesus geströmt. Jesus wollte sich auf der anderen Seeseite ausruben. Darum ist er mit seinen Jüngern in ein Boot über den See gefahren. Plötzlich ist es mitten auf dem See ein schwerer Sturm aufgekommen. Die Wellen haben das Boot mit Wasser gefüllt. Aber Jesus war sehr müde und hat geschlafen. Jetzt haben die Jünger Jesus geweckt und gesagt, Herr, redet uns, wir gehen unter. Jesus hat gesagt, warum habt ihr so Angst? Ich bin doch bei euch. Er hat dem Wind und am See befohlen, ruhig zu sein. Und die haben ihm sofort gefolgt. Da haben sie aber schön gestaunet, dass ihm sogar der Wind und der See gefolgt haben. Genau, die Jünger haben wirklich gestaunet. Auf der anderen Seeseite hatten sie zwei sehr gefährliche Besessenen. Sie haben in Grabhöhlen bei den Toten gewohnt. Sie haben mit Steinen um sich geschlagen. Und darum konnte niemand mehr auf den Weg gehen. Jesus hat den Dämonen gefragt, wo die Menschen besessen hat, wie er heisst sie. Der Dämon hat gesagt, ich heisse Legion, weil wir viele Dämonen sind. Wenn du uns austrippst, dann erlaubt uns bitte, in die Säude hinzugehen. Jesus hat gesagt, verschwindet. Da sind sie in die riesige Herde von zweitausend Säu hineinfahren. Und die zweitausend Säu sind alle in den Abhang runtergerannt, in den See hinein und vertrunken. Die Säuhirten sind sie in der Stadt zu erzählen. Sie sind traurig gewesen, dass sie ihre Säu verloren haben. Die unreinen Säu sind ihnen wichtiger gewesen, als dass die Besessenen geheilt worden sind. Darum haben sie Jesus gebetet, wegzugehen. Das ist schon ein bisschen traurig, dass ihnen diese Säu wichtiger gewesen sind, als die Heilung von diesen zwei Menschen. Ja, Jesus ist wieder zurück nach Kapernaum. Viele Menschen sind zu ihm ins Haus gekommen und haben geheilt werden. Vier Männer haben den Gleimten zu Jesus bringen. Wegen diesen vielen Menschen haben sie das Hausdach abgedeckt und der Gleimte hat das Dach durch zu Jesus runtergelassen. Als Jesus ihren Glauben gesehen hat, hat er zum Gleimten gesagt, mach dir keine Sorgen, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte haben gedacht, der verspottet doch Gott. Nur Gott kann Sünden vergeben. Jesus hat gewusst, was die denken und gesagt. Damit ihr seht, dass ich Vollmacht habe, Sünden zu vergeben, sage ich jetzt zu dem Gleimten. Stand auf, nimm deine Matten und geh heim. Der Gleimte ist aufgestanden, hat seine Matten genommen und ist heim gegangen. Alle haben Gott gelobt, dass er den Menschen so eine Vollmacht gegeben hat. Ja, für Gott ist eben nichts unmöglich. Und Jesus ist eben nicht nur Mensch, sondern auch Gott. Stimmt. Jesus hat den Zoll den Matthäus gesehen und ihn aufgefordert, mit ihm mitzugehen. Todesmal haben alle Zöllner die anderen Leute betrogen und sind geldgierig gewesen. Der Matthäus auch. Aber jetzt hat der Matthäus seinen unsauberen Job an den Nagel gehängt und hat Jesus und seine Jünger zum Essen eingeladen. Da haben die Pharisäer die Jünger beschimpft, was hat jetzt euer Lehrer bei diesen Zöllnern und Zündern verloren? Jesus hat es gehört und gesagt, nicht die Gesunden brauchen einen Doktor, sondern die Kranken. Ich bin nicht für die Gerechten gekommen, sondern für Zünder, die Buss tun. Sehr gut, dass Jesus für die Sünder gekommen ist. Sonst hat ja niemand eine Chance bei ihm. Du hast Recht. Jetzt ist der Jairus ein Synagogen vorsteher zu Jesus gekommen. Er hat ihn gebetet, heil meine zwölfjährige Tochter, sie liegt im Sterben. Jesus ist mit ihm zu seinem Haus gelaufen, um seine Tochter zu heilen. Unterwegs hat eine kranke Frau, den Mantel von Jesus berührt. Sofort ist die Frau geheilt worden. Jesus hat gemerkt, dass Kraft von ihm ausgegangen ist und hat gefragt, wer hat mich berührt? Seine Jünger haben ihn gefragt, es hat so viele Menschen um euch herum. Alle berühren euch ständig, warum fragst du, wer dich berührt hat? Die Frau hat gemerkt, dass sie geheilt worden ist. Sie hat gesagt, Jesus, das bin ich gewesen, der den Mantel berührt hat. Seit zwölf Jahren habe ich blutig und kein Doktor konnte helfen. Doch jetzt habe ich gespürt, dass ich geheilt worden bin. Da hat Jesus gesagt, freu dich, Tochter, dein Glauben hat dich geheilt. Herr Jesus Glauben und ihm Vertrauen ist sehr wichtig. Das stimmt. Das Mädchen vom Jairus war schon tot, wo Jesus mit dem Jairus bis im Haus angekommen ist. Aber Jesus hat alle Trauergerste aus dem Haus rausgetrieben und gesagt, das Mädchen ist nicht gestorben. Trauergerste haben ihn ausgelacht und verspottet, weil sie ihm nicht glaubt haben. Wo alle draussen waren, ausser die Eltern und drei Jünger von Jesus hat Jesus die Hand vom Mädchen genommen und gesagt, stand auf! Da ist sie aufgestanden. Jesus hat allen streng gesagt, sie sollen niemandem davon erzählen. Er hat eben nicht bekannt werden. Aber es ist dann doch überall erzählt worden. Jetzt lesen wir den Vers von Hosea 14 5 Ich will sie von ihrer Untreue heilen und sie grossmütig wieder lieben und ich will nicht mehr zornig auf sie sein. Jetzt probieren wir es auswendig. Ich will sie von ihrer Untreue heilen und sie grossmütig wieder lieben und ich will nicht mehr zornig auf sie sein. Ich will sie von ihrer Untreue heilen und sie grossmütig wieder lieben und ich will nicht mehr zornig auf sie sein. Jetzt singen wir einen Lobpreis wo wir Gott prieset dass er heilt und dass seine Liebe süss ist. Er schritt einst in Judäa als Mensch durch Freude und Leid Weg ihm nach Volk erkannte die Gnade die befreit er heilte die geknickten den Blinden gab er Sicht sehnt sich sogar vor Liebe nach mir und schenkt mir Licht schenkt süss wird sie Jahr für Jahr süss wird sie Jahr für Jahr Jesu Liebe süss ist reich und ohne Mass fließt süss wird sie Jahr für Jahr 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 Untertitelung des ZDF, 2020